Oh, der dritten hat immer noch. Also ich finde einfach... Wie hieß denn der Typ, der Hannibal Lecter, hat der nicht so ne Maske rum? Genau. Im Rentenalter. Ich seh aber wirklich sportlich aus, obwohl jetzt so ne... Opermütze? ...so ne gediegene Mütze ist. Oh ne gediegene Mütze. Oh mein Gott. Wo ist denn der... Ah, hier ist der Dings. Als ob einer geht vom US-Scanne, ich mach hier den ähm... ...den Vorsteher. Dann gehe ich scannen, guck mal ob ich Schock bis dahin. Ja, da starten noch bestimmt welche. Erichson, soll ich dich mit beschützen kommen? Wenn du möchtest. Soll ich dir die Hand halten beim Sterben? Genau, die Mutti macht's schon. Warte mal. Achso, nee warte, dann kann ich dir nicht besuchen. Hört mal, dann mach uns ruhig. So, den hab ich. Zweiten hab ich. Okay. Alter, die AKM ist ja ein Monster. Wir sind ja. Ja super und was machen wir jetzt? Aber dann kann man doch mit dem Ping ping. Nee, dann ist doch nur noch ein 3er Team. Was soll denn der Schwachsinn? Ist nur noch ein 3er Team. Oh, ich kenne mal Wanteblut an den, ne? Warte, ich pinge schnell. Komm zurück. Lingelingeling. Die sind hier hinten am Ausgang. Also gut, Loth. Juuu. Alter, die ist ja. Oha. Ey, klingelt der Telefon? Der Telefon klingelt. Warte ihr das? Nein. Nee. Oh, guck mal, der wollte angeln. Ja, das ist der da hinten. Dann hab ich die auch noch im Blick. Das ist doch super. Nicht, dass die jetzt einfach vorkommen, ne? Die Bösen. Die soll ja nicht vorkommen. Die nur in der Bleiben, ne? Oh, jeder hat eh uns aufgemacht. Oh, Teamarbeit. Ist das nicht schön? Ja, und ich geh rin. Das war klar. Verdammt. Nee, komm, mein Ende Zeug. Ich hab ja schon 2 erschossen los. Ich ne nischt. Dann geh ich rüber zum Verbarrikadierten. Wolltest du hier nix? Anadine? Naja, dann, ich weiß nicht. Wenn ihr mir was drin lässt, nehm ich. Tada! Tadah! Nimmst du die PSS mit? Ey, das sieht so aus, als... Ach, das ist mir egal. Da kannst du mitnehmen. Aber die war wirklich geil, jetzt gerade. Ach, nimm doch. Ich geh rüber. Ich mach das verbarrikadierte. So wie es aussieht, gehen die anderen raus. Ehrlich? Na, die ist nicht. Der dümpelt immer noch da hinten rum. Der bewegt sich nicht vor. Oder? Die machen das so wie wir. Ja, vielleicht kommen die anderen vor. Bleibt der hinterher. Und der Rest kommt vor. Hat keiner von euch noch ein Pingelingeling? Ne. Doch, hab ich. Oh, jetzt kommen sie. Die Straße. Wollen wir mal, von wo kommen die jetzt? Da. Auf eins, ja? Ja. Weil Halk wunderbar in die falsche Richtung geguckt. Nö. Bin gleich da. Ach komm, renn doch. Und welcher Seite sind sie denn jetzt? Ah, auf der Seite, wo ich auch bin. Okay. Ja. Bin kurz drüben. Aha, vielleicht kommen sie dann auch rüber, weil sie denken, oh scheiße, komm ich hier gar nicht raus. Aber ich wette, das war nicht die AKM, das war mal in der Mütze. Hm. Das war alles. Der hat auch noch so irgendwo, was für ein Style. Das hat komplett, das hat komplett. Das hat komplett, das hat komplett, das hat komplett. Irgendwann in die Richtung. Irgendwann in die Richtung. Wo ist denn jetzt? Ich aktualisieren? Ich aktualisieren. Oh, ich sehe gerade, ich bin im falschen Haus drin. Ich scanne jetzt. Da. Der läuft ja rückplatz. Ach, das sind alle direkt, alle auf einem Punkt. Also die sind da direkt bei eins hier. Oh. Äh, bei zwei. Bei zwölf. Ähm. Hat jemand eine Com-Station gerade bei sich? Nein. Hast du ein Dropchen? Kannst du unsichtbar machen? Ja, ich hab ein Drop. Äh, warte. Ne, bei mir ist keiner mehr. Ah, die, bei dir ist einer. Unten, unten, unter. Auf zwei. Da wollte ich nicht mehr hin, weil ich wollte erst so ein paar barrikadierten Haus. Na ja, ich bin doch eh markiert. Das ist doch Schwachsinn. So ein Blödsinn. Bei ihr sitzt. Ah, der kommt rüber. Die kommen rüber. Über das Wasser. Die stecken im Wasser. Oh, jetzt hätten wir sie so schön weg. So. Das Gute wär, wenn ihr die abfangt, weil, also ich bin ja markiert, aber die wissen ja nicht, wo ihr seid. Wir haben gerade versucht gerade. Aktualisierungen nochmal. Also der ist jetzt schon hier drüben. Hier drüben? Äh. Äh, ewig weit weg, ey. Mal gucken. Wenn ihr rufst, kriebeln doch immer alle auf das ganze Zeug oben drauf. Da frag ich mich mal... Ne, nicht rüber. Hm. Ach. Was ich... Warte, mal ein Aktualisierer. er ist jetzt hier sie langsam laufen die denn aber da sind ja drei also du gehst ja gerade alleine und den roten anzug und den roten anzug so das killer und ich habe eine pinke waffe hier ist übrigens pink das muss man auf der anderen seite ok sie schießen jetzt musst du mir sagen ich glaube nicht habe ich es hier gesehen oder nicht? ich glaube nicht ja hier die grafik ist ja manchmal ein bisschen ja ja das stimmt wir kommen jetzt mal ein stück hin ja das kannst du mal aktualisieren ich denke hier müssen ein recht davor sein ja die sind jetzt schon noch ein bisschen vorbei da müssen sie so lang kann man auf diese taus auf das rote trotzdem drauf gehen? ah da sind sie ja hier ist gerade einer gelaufen ah ja ich sehe sie einer ist doch noch hier hinten der ist jetzt hier hinten hier ist auch einer einen habe ich zwei gleich hoch ich habe gerade die ganze map alene lane gemacht und was machen wir? gar nichts aber gehitzet habe ich gut ja ähm ihr looted unglaublich unglaublich echt ey ja das ist schlimm mit euch ey ja mit ihr echt unglaublich da muss er alles alleine machen weißt du ja ein richter angieber mhm hab ich die AKM auf Einzelfeuer gestellt? was wird sie ich war ganz ganz äh Nadine hast du nicht irgendwie Bedrohung killen oder so? oder nicht irgendwas? ich bin mir ganz sicher ich bin mir ganz sicher dass ich auf einmal die Aufgabe habe ja doch jetzt wurde das sagt aber geht das nicht auch dass wenn du das erfüllt dass du das nicht bekommst? ne achso das weiß ich nicht das ging mal das ging mal das ging mal soll mal ausprobieren? nein das Problem ist ich kann ihn ja nicht looten das ist so ja nicht wie ich aber hauptsache du bekommst dann achso ja genau ach der loote ich ist ja nicht so schlimm da opfer ich mich kein Problem wo muss ich denn jetzt hin? wo ist denn der drauf? da kommt er mein Gott also wenn du die ganze Zeit nur Grundheim spielst ist ja sag mal habt ihr jetzt gut gemacht? oder wie war das so? ey wir haben gespottet gespottet ne das war gut gemacht das war gut gemacht ich hab einfach genutzt das dass die zu euch geguckt haben und ähm somit konnte ich äh natürlich von hinten ran aha oh Gott auch das hört sich sehr falsch an das war ich meine äh ehrliche Meinung ja ich lass es jetzt mal im Raum stehen ich lass ihn jetzt mal im Raum stehen ich lass ihn jetzt mal im Raum stehen äh schön äh schön ich wusste ja drauf da ist auch ach ja ich krieg hier nur noch auf Glas gehen ja das ist aber schwierig hier ne immer nur einen nein immer nur eins oder zwei ey boah ja das ist echt schlimm ich weiß nicht aufgrund da ist nicht so der Kracher boah die Drohne kommt auch von unten hm? die Drohne kommt von unten hm 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 ja ja genau ja genau wirklich ja hier meine neue Mütze hier ja schreib mal dahin dass du wenigstens dann noch wenn wir deinen Code eingeben dann noch Prozente kriegen ich möchte dazu nichts mehr sagen es ist alles gesagt worden ja als ich jetzt so im Raum stehe das ist mal im Raum geliehen mein Code fahr ich auch raus ja 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 erikson bei den Wien oben ist der Schatz ich hab auch grad äh ich hab grad aufgemacht und du hast sie sagt ja da ist der schatz eriksa guckst du mein bildschirm ich hab den eigenen ich brauch deinen bildschirm jetzt kommt die zone jetzt müssen wir doch nach draußen begeben ja hier ist nichts nix hier ist nix ok ja wo geht der jetzt am besten raus wenn wir überlegen da wo nicht die zone ist wäre schon sinnvoll auf der rue versuchte drüber zu springen bei drei hast du gesagt so auf die plätze werde ich drühe ich muss 1000 metallteile sammeln ja da hast du recht marco das ist wirklich eine geile waffe die akk ich denke die würde einfach unterschätzen also sage ich dass sie weiß es wird so heiß unterschätzt ja das ist halt äh wenn sie die blau machen würden oder so oder grün ja dann werden die auf ihr gefragt haben oh das ist hier der schatz ist jetzt gar nicht bei den bienen oben hat auch iris an der nacht ach so bei den bienen oben ja ja er hat doch nicht zu nee ich gebe mir alle mühe zuzuhören ja ja oh ich renne ich renne ich renne ich möchte sagen ich bin auch ein bisschen schneller mit dem roten outfit mit der mütze weil die ist wind schnittig ja ich schneide den wind ach na komm renn doch einfach jetzt habt ihr nie so ach ich bin auch weit ja ich bin auch weit ja ich bin auch weit also ja geht noch ja ich wollte gerade sagen wenn es bei dir noch weit ist ist es ja bei mir äh ewigkeiten ne ich glaube ich schlafe den spand raus äh ja Nadine schlafe auf jeden Fall ins spand raus aber bei bei Andy bin ich mir sicher aber ich bin mir auch nicht sicher das wäre tragisch weil dann könnte ich den nicht mal mehr looten wenn ich sie zurückschaffe wenn eine zone stirbt oh scheiße ist das weit ja ja ich mag die Map aber auch gar nicht so richtig muss ich sagen ach wein leise ganz ehrlich ich finde sie auch nicht gut oh ist ja juss wir haben es verstanden ich höre hier immer nur mi 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 oh ne ich schaff das nicht glaube ich na 10er jod bei ja na ich mal ne ich mal den Arsch packen zusammen hast du ähm ähm wie heißt das Koffein ne ich hab mir nichts da nebenbei ja auch so die Taschen verloren ja ja Andy und seine Panzerplatte das ewige vergessen echt hast du die schon wieder vergessen? hm ich hab vorhin angefangen ne auch auf Distanz ist die Mega Headshot auf 150 Meter mit Kirm und Korn benutze die AKM nie weiß gar nicht mehr was sie kann jetzt aber hacken in den Teer äh hör auf ey nabend Philipp Andy im Aldi das Outfit zum Schießen und ich spende in meinem vollen Team-Modus Kahn-Modus ich schraub es nicht durch die Gegend online oder achso das war mal ne Werbung für die Witze ja genau Andy ok ich weiß warum nicht nur da mitspielen die macht super Spaß Top Leistung macht die Schmarr von eben wieder wett nabend zusammen hallo Philipp jetzt aber die Haken in den Tein genau streut die AKM nicht dolle muss ja ein Grund haben dass die Graue ist jetzt an der Strahlung sterben das wärs wie dein Wunsch ist ihm befehlt ey das war das war ja nicht mehr weit meine Frau guckt jetzt auch so sie zuhause ich auf der Arbeit denn hallo an McKay seine Frau das war ja auch nicht mehr die das war ja nicht mehr die 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 Vielen Dank.